Die Philadelphia 76ers sind ein amerikanisches Basketballteam aus Philadelphia, das in der NBA spielt. Ihre Heimspiele tragen sie im Wells Fargo Center aus. Seit 2015 ist Franklin das neue Maskottchen der Mannschaft und löste damit Hip-Hop as a Abit ab. Geschichte Nach der Auflösung der NBL im Jahre 1949 spielte das Team fortan in der neu formierten NBA weiter und erreichten in der Saison 1954-55 schließlich ihren ersten NBA-Titel. Mit dabei war mit Erleuth der erste dunkelhäutige Spieler der NBA-Historie. 1963 wurde das Team an zwei Geschäftsleute in Philadelphia verkauft, siedelte entsprechend um und spielt seit der Saison 1963-64 unter dem Namen Philadelphia 76ers. Der neue Name leitet sich von der Unterzeichnung der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung im Jahre 1776 ab. Unangefochener Star dieser Jahre war Dolph Schayes, der zwischen 1948 und 1964-16 Spielzeiten das Trikot der Nationals und Sixers trug. Mit Will Chamberlain kam 1965 der Erfolg zu den Sixers zurück. Die Saison 1966-67 still starteten sie furios und gewannen 45 der ersten 49 Spiele. Am Ende hatten sie eine Bilanz von 68 zu 13. Dies war zum damaligen Zeitpunkt NBA-Rekord. Drei Jahre später gelangen den Los Angeles Lakers 69 Saisonsiege. In den Playoffs gelang es dem Team, den achtmaligen Serienmeister aus Boston zu schlagen. Im Finale schlugen sie die San Francisco Warriors 4 zu 2 und gewannen den zweiten Meistertitel der Vereinsgeschichte. 1980 wählten Journalisten die 76er Sixers mit Chamberlain, Hall Greer, Chad Walker und Billy Cunningham zum besten Team aller Zeiten. Nachdem man den Titel Erfolg nicht wiederholen konnte und Chamberlain mit einem Wechsel in die Konkurrenzliga ABA liebholgete, verkauften die 76 erst Chamberlain 1968 zu den Los Angeles Lakers. Mit den Starspielern Greer und Cunningham erreichte man noch bis 1971 regelmäßig die Playoffs. Nachdem die Playoffs 1971 bis 1972 mit 30 Siegen verpasst wurden, wurde Trainer Jaku Remsi entlassen. Die Saison 1972 bis 1973 verkam zur Katastrophe und die Sixers holten nur neun Siege bei 73 Niederlagen. Das ist ein bis heute gültiger NBA-Negativ-Rekord. Über den Draft bekam man Doug Cullins, der die nächsten Jahre das Gesicht der Sixers wurde. Die nächsten beiden Jahren holten die Sixers auch nicht mehr als 25 und 34 Siege. Beim NBA-Draft 1975 wählten die Sixers mit Daryl Dawkins den ersten Spieler in der NBA-Geschichte, der direkt von der Highschool kam. An fünfte Stelle aus. 1976 bekamen die Sixers durch Trade den Starspieler der ABA, Julius Erwing. Dieser gewann 1981 in Diensten der Sixers die Auszeichnung zum MVP. 1980 führte Erwing die Sixers ins NBA-Finale, unterlag dort den Lakers von Kerem Abdul-Jabbar. Vor der Saison 1982-83 still holten die Sixers den amtierenden MVP, Moses Melon von den Houston Rockets. Das Duo aus Erwing und Melon führte die Sixers durch eine beeindruckende Saison und einen noch beeindruckenderen Playoff-Lauf. Beim NBA-Draft 1984 verpflichteten die Sixers Charles Barkley an fünf Stelle. Dieser löste die bisherigen Stars Erwing und Melon mit der Zeit ab und etablierte sich zum neuen Gesicht der Mannschaft über die nächste Jahre. Melon verließ 1986 die K-Sekunden-Team Erwing ein Jahr später. Ende der Achtziger bildete Barkley gemeinsam mit Hersey Hawkins ein schlagkräftiges Duo. Beide führten die Sixers zwischen 1989 und 1991 dreimal in die Playoffs, wo man jedoch nicht über das Konferenz-Halbfinale hinauskam. Nachdem 1992 die Playoffs verpasst wurden, wurde Charles Barkley zu den Phoenix Suns geschickt. Für die Sixers begann eine erfolglose Zeit. Aufgrund schlechter Saison-Bilanzen gehörten die Sixers bei den NBA-Draft zu den ersten Mannschaften, die wählen durften. Jedoch konnten hoch ausgewählten Talente wie Sean Bradley oder Jerry Stackhouse die Erwartungen nicht ganz erfüllen. Beim NBA-Draft 1996 bekamen sie durch den ersten Pick ein Eiwaschen. 1997 wurde mit Larry Brown ein erfolgreicher Trainer präsentiert. Das Team wurde mit Spielern wie Aaron MCKIE, Theo Ratliff, Tyron Hill und Eric Snow verstärkt. So dass in der auf 50 Spielen verkürzten NBA-Saison 1998 bis 1999 nach acht Jahren wieder die Playoffs erreicht werden konnten. Die Steigerung hielt die nächsten beiden Jahre an. 2001 wurde der Center-Dicke Mbe Mutombo von den Atlanta Hawks verpflichtet. Mit Mutombo als Center und Eiwaschen als Saison-MVP führten sie die Sixers in das NBA-Finale. Dort unterlag man den Los Angeles Lakers mit 1 zu 4. Nachdem man die beiden Jahre danach nicht mehr über die zweite Playoffs-Runde hinauskam, trat Trainer Brown 2003 zurück. Unter den beiden Nachfolgern Randy Ayers und Chris Ford verpasste man die Playoffs. Jim O'Brien wurde neuer Trainer. Während des NBA-Draft 2004 erhielt man Andre Iguodala an neuen Stelle. Während der Saison 2004 bis 2005 wechselte Star-Forward Chris Webber von den Sacramento Kings zu den Sixers. Philadelphia erreichte die Playoffs, wo man in der ersten Runde ausschied. Erneut stellte man mit Mauriz Etchix einen neuen Trainer ein. Anfang des Jahres 2006 wurde Eiwaschen zusammen mit Ivan M. C. Fallen für Andre Miller, Joe Smith und zwei Draftpicks für 2007 zu den Denver Nuggets getauscht. Der alternde Star Chris Webber wurde aus seinem Vertrag herausgekauft und entlassen. Die Sixer starteten einen Neuaufbau, um Iguodala und dem Rookie Thet Deus Young gestartet. Im Sommer 2008 wurde Elton Brandt von den Los Angeles Clippers verpflichtet. Doch die Saison 2008-09 verlief ähnlich erfolglos wie in den Jahren zuvor. Nach 23 Spielen und einer Bilanz von 9.14 Uhr wurde Mauriz Etchix entlassen und Tony Dillio übernahm den Trainerposten. Zum gleichen Zeitpunkt verletzte sich Elton Brandt an der Schulter und war nach einer Operation nicht mehr in der Saison einsetzbar. Unter dem neuen Trainer und ohne Brandt schafften es die 76 erst mit einer 41 zu 41 Bilanz in die Playoffs, wo sie in der ersten Runde 2 zu 4 an den Orlando Magic scheiterten. Trotz des Erfolges übernahm ab der Saison 2008 bis 2009 Eddie Jordan das Team. Die Leo wechselte dagegen ins Management der Sixers. Am 2. Dezember 2009 holten die 76 erst überraschend allen Eiwaschen zurück nach Philadelphia, der nach seinem Wechsel nach Denver noch für die Detroit Pistons und Memphis Grizzlies spielte. Dort nicht glücklich wurde und an seine Leistungen aus Sixers Zeiten nicht mehr anknüpfen konnte. Mit The Answer versuchten sie wieder an alte Erfolge anzuknüpfen. Dies misslang Eiwaschen schied gegen Mitte der Saison aufgrund der schweren Erkrankung seiner Tochter aus dem Spielbetrieb aus und kehrte nicht wieder zu den Sixers zurück. Diese beendeten die Saison 2019 mit nur 27 Siegen bei 55 Niederlagen. Ihrer schlechtesten Bilanz seit 1997. Als Folge dieser Enttäuschung wurde Eddie Jordan bereits nach seiner ersten Saison als Trainer entlassen. Mit Eventuna zogen die Sixers im NBA-Draft 2010 an zwei Stelle einen großen Hoffnungsträger. In der darauffolgenden Saison steigerten sich die 76 erst unter ihrem neuen Coach Doug Collins deutlich. Die Saison 2011-12 startete aufgrund des Lockouts der Spiele erst im Dezember 2011 und war auf 66 Spiele reduziert worden. Die 76 erst starteten gut in die Saison und konnten sich im ersten Drittel der Spielzeit in der Spitzengruppe der Eastern Conference halten. Durch eine schwache Phase rutschten die 76 erst jedoch ab und zogen mit einer Bilanz von 35 Siegen und 31 Niederlagen gerade noch auf Platz 8 in die Playoffs ein. In der ersten Runde trafen die Sixers auf die Chicago Bulls, welche die Saison auf Platz 1 der Conference beendet hatten. Philadelphia konnte die Serie gegen die Bulls mit 4 zu 2 Siegen gewinnen und zog in die zweite Runde der Playoffs ein. Die Chicago Bulls mussten die Serie gegen die 76 erst ohne ihren verletzten Star Derek Rose bestreiten. In der zweiten Runde der Playoffs trafen die Sixers auf die Boston Celtics. Die Serie gegen die Celtics ging über die volle Länge von sieben Spielen. Im letzten Spiel unterlagen die 76 erst und schieden aus den Playoffs 2012 aus. Im Sommer 2012 wurde als Star Andre Igo Odala zu den Denver Nuggets verkauft. Im Gegenzug wechselte Andrew Bynum von den Los Angeles Lakers und Jason Richardson von den Orlando Magic nach Philadelphia. In der anschließenden Saison wurden die Playoffs relativ deutlich verfehlt. Neuverpflichtung Bynum setzte die Saison aufgrund einer Verletzung vollständig aus. Auch andere Stammspieler wie Young Holiday und Richardson kämpften mit Verletzungen. Als Folge der missratenen Saison legte Head Coach Doug Collins sein Amt nieder und nahm eine beratende Position im Management an. Dennoch trennte man sich von Manager DiLeo, sein Nachfolger wurde Sam Hinkie. Hinkie entschied das Team umstrukturieren und in Zukunft auf Talente zu bauen. So wurde während des NBA Draft 2013 All-Star JROE Holiday zu den New Orleans Pelicans abgegeben. Im Gegenzug wechselte das College Talent New Orleans 0 nach Philadelphia. Als Holiday Ersatz wurde beim NBA Draft Michael Carter Williams an 11 Stelle ausgewählt. Ebenso entschloss man sich den Vertrag mit Andrew Bynum nicht zu verlängern. Neuer Head Coach wurde Brett Braun, der zuvor Assistenztrainer bei den San Antonio Spurs war. In der Saison 2013-14 verloren die 76 erst 26 NBA-Spiele in Serie und stellten damit den Negativ-Rekord der Cleveland Cavaliers aus der Saison 2010-11 ein. Während der Saison wurden die letzten mit Young Turner und Spencer Horst die letzten produktiven Stammspieler verkauft, womit die Chancen auf die Playoff minimiert wurden. Am 29. März 2014 vermiet Philadelphia durch den 123 zu 98 Heimsieg über die Detroit Pistons eine neue Negativ-Rekordmarke. Dennoch schloss man die Saison nur mit 19 Siegen und 63 Niederlagen ab. Carter Williams wurde der erste Rookie of the Year im Trikot der Sixers seit allen Eiwaschen. Bei der anschließenden Draftlotterie erhielt man das dritte Auswahlrecht, mit dem später der kamerunische Center Joel Embiid ausgewählt wurde. Zusätzlich erwart man die Draftrechte des Kroaten Dario Sarik von den Orlando Magic, der zuvor an 12 Stelle ausgewählt worden war. Aufgrund einer schweren Fußverletzung fiel jedoch Embiid die gesamte Saison aus. Dafür kehrte Noel nach einjähriger Verletzungspause zurück, um seine erste Saison zu bestreiten. Mit einer der jüngsten Mannschaften der NBA gingen die Sixers in die NBA-Saison 2014 fünfzehntel. Diese begannen die 76 erst mit 17 Niederlagen in Serie. Nur ein 85 zu 77 Sieg bei den Minnesota Timberwolves am 3. Dezember 2014 bewahrte Philadelphia vor der Einstellung des historischen NBA-Negativ-Rekords. Der New Jersey-Nets, die mit 18 Niederlagen in die Saison 2019 gestartet waren. Überraschend wurde Carter Williams zur Saison-Mitte zu den Milwaukee Bucks abgegeben. Die Sixers beendeten die Saison mit nur 18 Siegen bei 64 Niederlagen und verpassten damit zum dritten Mal in Folge die Playoffs. Erneut erhielt man im NBA-Draft 2015 den dritten Pick und wählte das Center-Talent Jalil Okafor von der Duke University aus. Während der Sommerpause wurde bekannt, dass Center-Spieler Embiid aufgrund von Komplikationen ein weiteres Jahr aussetzen muss. Auch die Saison 2015-16 stand im Zeichen des Neuaufbaus. Philadelphia erreichte nur zehn Saisonsiege und belegte damit ligaweit den letzten Platz. Zudem gab Manager Sam Hinkie kurz vor Saisonende seinen Rücktritt als Manager bekannt. Seinen Posten übernahm Brian Colangelo. Eigentümer Von 1996 bis 2011 war das Unternehmen Comcast-Spect-LK-Eigentümer der 76ers. Nachdem die NBA im Oktober 2011 dem Verkauf an ein Konsortium unter anderem mit Will Smith zugestimmt hatte, übernahm das Konsortium die Kontrolle über die 76ers. Mit der Übernahme wurden die Preise für die Eintrittskarten gesenkt. Aktueller Kader Ehrungen und nennenswerte Leistungen Die Trikotnummer von Moses Melonen wird in naher Zukunft ebenfalls zurückgezogen. Statistiken